Also auch hier, wie man sieht, was macht er jetzt? Auch interessant. Also wie man schon sieht bei dem Spiel, die Gegner werden noch nicht mit einberechnet. Und sonst schaut es aber schon sehr, sehr gut aus. Man-to-man-Marker. Optimal. Was man auch sieht, die Genauigkeit ist auch ein bisschen zu hoch eingestellt. Also wäre vielleicht gut, wenn man hier die Toleranz ein bisschen ändert.